Querecetin von Äpfeln und Zwiebeln Das gleiche ist in Deutsch Ein Apfel am Tag hält uns den Arzt vom Leib Ein Apfel am Tag und noch Zwiebeln dazu Das hält den Doktor vom Leib Warum produzieren Pflanzen dieses? Um Stickstoff zu produzieren Das ist extrem wichtig im Dünger Pflanzen brauchen ganz viel Stickstoff Und sie machen eine ganze Menge Querecetin Alle von ihnen Der am meisten verbreitete Geschmack ist das Querecetin in den Lebensmitteln Es hilft der Leber Das Medikament auszuschwemmen Und wenn das alles wäre was es macht Dann wäre das schlecht Es würde den Effekt runterschrauben Es vergiftet die Pumpe Wo die Zellen das Medikament raus tun aus der Zelle Das ist der Nummer eins Grund Warum Zellen widerstandsfähig sind Gegenüber der Chemotherapie Chemotherapie hilft ungefähr der Hälfte der Patienten Die es anwenden Tatsache ist, dass Chemotherapie eigentlich nur hilft den Leuten länger zu leben In zwei Prozent der Krebsarten Übergesamthaft gesehen Im Durchschnitt Es ist sehr gut für Leukämie Nicht gut für Prostatakrebs Und alles andere ist irgendwo dazwischen Das hat einen großen Einfluss auf den Schutz Den die Krebszellen machen Insgesamt auf gesehen Haben wir damit 30 Prozent bessere Ergebnisse Das ist ein großer Anstieg Euer Leben könnte davon abhängig sein Es zerreißt mir das Herz Wenn Ärzte sagen Nehmt das nicht Es reduziert die Menge in normalen Zellen Und erhöht die Menge in den Krebszellen Und wiederum Was mehr würden wir wollen? Es gibt ein paar Medikamente Die man in der Kombination Nicht geben sollte Und die Pharmaindustrie hätte gern Dass die Leute glauben Dass es Krebs verursacht Manchmal denke ich Je größer die Lüge Desto mehr mögen es die Leute Warum nur sich um die kleinen Dinge kümmern Erzähl einfach die großen Lügen Als ich in der Wissenschaft war 1970 Hatten wir Eine Million Dollar zur Verfügung Um an einem Medikament zu arbeiten Und auch heute noch werden Untersuchungen an diesem Medikament gemacht 40 Jahre später Zehn Prozent von dieser Dosis bringt Leute um Das war der Grund Warum ich die Wissenschaft verlassen habe Forschung Entschuldigung Ich wollte mein Leben Nicht daran vergeuden Oder jemand anders Damit verletzen Also Querizitin Macht das Menschliche DNA Nicht kaputt Jahrzehre bis zum nächsten video deployed ip